Hey Leute, weiter geht's mit Our Way to Platin! Äh, ja, ne? Müssen wir uns erst mal verdienen. Daniel, was sagst du dazu? Hm? Hallo. Wir brauchen neue Ansagen. Hallo. Hallo. Ah, hi. Wir brauchen irgendwie neue Ansagen. So langsam geht mir die Kreativität flöten. Ich muss selbst spoilern. Die Folge davor müsst ihr euch unbedingt anschauen. Richtig geile Scheiße. Mit Blitzcrank. Richtig gut. You've never seen before how to play Blitzcrank. Von meiner Items waren beste. So, nur mal so viel dazu. Jetzt bin ich Draven. Ich hab das Gefühl, ich hab eine Doppel-AD-Botlane. Stimmt, ja, das hab ich ja voll vergessen. Ja, die haben Doppel-Barriere, ne? Das countert mich total krass. Von bei, die können wegspringen vom Blitzcrank, ne? Boah, das ist total gemein. Ihr dürft ihr aber unter keinen Umständen ins Spiel kommen lassen, ne? Oh, oh, richtig ruhig, 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 ruhig. Oh, ne, ne, ne. Den letztenyle bete ich's mir nicht, ey. Sonst krieg ich mir einen Blub bloat. Wobei, bei Schemma ist ja kein Problem gewesen. Scheiß drauf. Ja, aber wenn das so ausgeht, dann hätte ich den lieber kriegen können. Nee, wäre öde. Ich hoffe nur, die klauen sich jetzt irgendwie gegenseitig den Farmen. Das wäre voll lustig. Ich glaube, das haben sie gerade sogar vor. Watch and Lern, ne? So ist es. Wie sie echt einfach schon mal an Level 2 sind. So. Wie der Schein auf 3 noch keinen Taunt hat, ne? Nicht? Oh, ich war jetzt völlig brainerfk, aber ich glaube nicht da. Au, 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 au. Au. So. Hochglitchen. Hochglitchen. Joseph. I've got pain to serve. So gechillt, Blitzkling hat einfach mal Tristana genommen, in den Tower gezogen. Oh lol, ich verkack's halt auch noch. Was hast du angestellt? Hm, nee, ich hab die Wall falsch gesetzt, aber... Oh Gott, Teleport, nein! Oh Gott, machst du hier auch noch? Barrier war ein bisschen wasted, wa? Ich dachte, ich krieg den Espel noch, aber der letzte Hit war jetzt... Ja, ein Hit, guck mal, ein Kuh noch und ich hätte ihn gekriegt auf jeden Fall. Aber das so helltöne nicht sein Jollern, hat man mir gesagt und das war scheiße. Egal. Ach so. Was soll das? Ich hab mich gar nicht aufgepasst, ich war voll auf was anderes konzentriert. Oh, ich weiß auch, wo du konzentriert hast. Das nervt mich jetzt gerade ein bisschen. Wieso haben Tristana und Ed zusammen mehr Farmer als ich? Was soll das? Auch wenn mein Auto jetzt irgendwie über 5000 Kilometer geflogen ist. Hört auf den Bösen Zins zu feeden. Es könnte danach aussehen, dass die eine Kill-Lane machen wollten, aber ich glaube aus der Kill-Lane wurde eine Todes-Lane. Ja, ich glaube eher, die wollten, äh, keiner wollte supporten. Ja, ne. Der eine war at Lastpick, der andere war da, ne. Ja, soll ich mir den Blue jetzt alleine holen, oder was? Warum nicht, ne. Ist er wohl schon ein großer Junge? Und meinst du, ich hätte jetzt das Adressaner tot? Weiß ich nicht. Nö, schade. Also mit der Ulti jetzt. Ach, Mann, kacke. Schade. Schade, schade, schade. Und ich habe keine Mana mehr, um die zu zerlegen. Ja, mei. Das war doch kein Gelebien. 51. Ich habe mehr Farben, als die beiden Tristana zusammen. Blitz, komm wieder auf die Lane. Ich habe keine Lust alleine zu sein. Ja, Draven ist einfach so geil. 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 Und Lissandra kommt wieder mit 10 Life davon, alter. Da war so eine Halb-Life-Tristaner, ne. Multi-Einkuh-Tot. Ja, die haben halt keinerlei Schutz, ne. Richtig. Von Blitzcrank grabt und in dem Moment, wo sie hochfliegen, fliegen sie nochmal zur Seite mit meinem E. Schon ein bisschen gemein, finde ich, das, ne. Ne, warum? Die treuen sich doch. Oh Gott, Master Yi. Oh Gott, Tristana. Was passiert eigentlich, wenn Yi sein W macht und ich mein E drüber? Ist doch abgebrochen drin, ne? Ja. Ja. Äh, sehr schön. Ist ja genauso mit Katerina Ulti. Sehr schön, finde ich das doch. Hallo? Ey, Shen! Shen, sleeping all night. Ich hab das Gefühl, die machen gerade irgendwie so Proxy-AD-Carry. Sieht so aus, ja. Sorry, next time. Vor allem hat Ulti ab, ne. Ja, fürs nächste Mal. Ne, ne, weil er die Syndra chasen musste, die er eh nicht bekommen hat. Oh Gott, ich weiß. Ja, hinten. Lissandra auch da. Oh nein, sorry. Voll mies. Vier Leute, Bot. Hilfe! Egal, ich hol mir die Creeps. Ha! Creeps bekommen. Mission erfüllt. Ne, lauf, lauf, bleib weg, bleib weg. Die sind vier Leute böse. Hm. Loil! Dieser Singed. So, Lucky. Jetzt hab ich natürlich meine Ulti für Creeps verhauen und kann sie nicht auf den Dragon machen, ne? Er hat aber keinen Mana mehr, der Yi. Du musst ihn nur einmal stunnen. Jetzt. Stun ihn am besten jetzt. Ah, Dragon hast du leider nicht bekommen. Vor allem sie will einen Frosthogel frösten. Lol. Ey. Und... Warum hat er das jetzt getan? Oh, der bekommt im Moment jetzt grad zu viele Kills. Mhm. Was heißt bekommen? Der nimmt sie sich. Ja, ja. Ja, mein ich ja. Lol, Alter. Deswegen hat er mir die Ulti nicht gegeben. Warum? Anstatt von Anfang an mit zu kämpfen. Ja, weil er gedacht hat, ich überlebe. So. Ja, denk immer gut. Ey. Blitz nimmt sich zu viele Kills. 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 Die Mitte fehlt, ne? Hier ist irgendwo ein Jungle reingegangen, auf jeden Fall. Und ich komm zu spät. Ich fass es nicht. Da hat der Shen wieder Ulti für, ne? Der Kerl nervt mich, ey. Aber ich hab überlebt, alles gut. Ich wusste ganz genau, dass jeder rumpimmelt. Aber Tristana und S können halt nix machen, ne? Gar nix. Double A, D-Boat ist halt einfach nur was für gute Leute. Wie uns. Du kannst es nicht tun. Aber, nicht die Seite. Na, die Seite sind gerade so gut. Genre, die Seite 7. 1. 0 das Howl, 5! 3. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Sie läuft an der Ecke noch mal schön so nicht in der Suppe. Pass auf, Sinch kommt. Los! Du kriegst sie halt wirklich noch, ey. Deswegen hab ich halt den Q so greedy reingesetzt. Der Ulti war einfach mal reingeschossen. Jetzt, ach komm, der Sinch ist jetzt tot hier, der Sinch, ey. Drecks Proxy-Wichse. Hat 300 Gold gegeben, also ist wohl nicht ganz so Proxy. Iaah! Grab. Ihn. Pfff, jetzt siehst du der iPhone-Grabs halt, ne? Scheiße. Ja... Oh, Mann! I've got pain to serve. Das ohne Scheiß ist ja komisch, das schönste, der nicht singht. Lange Zeit. Lass mich mal... Ich habe gehört, mein Draven macht damage. Dankeschön. Nein. Leute, da darf ich mich nicht. Lauft am besten alle weg. Haben wir vor, haben wir vor, haben wir vor. Das sah so aus. Ich habe Angst. Ich bin weg. Ich brauche mich weg. Oh, schau, dass du das dann überlebt habt. Schau, dass du das dann... Oh. Ich bin hier nicht dran. Ich bin hier oben. Loll. Boah, echt jetzt? Hold up. Boah, echt jetzt? Lass mich nur hoch lidschen, Leute. Ne, ich will nicht mehr spielen. Ne, ich will nicht mehr spielen. Macht mit euch keinen Spaß mehr zu spielen. Zack. Zack. Das letzte Visporgini-Sinche ist auch schon fertig. Doch sieh mehr, ein bisschen früher. Schadet nicht, freier schadet nicht. Amor. Wie überkacke. Immerkacke. Superstun, Superstun. Oh, die Wall war so gut. Die pushen nur. Fällt mir gerade mal auf. Die machen nichts anderes gerade. Die machen alle so ein Proxy-Dingens. Während wir unten einen catchen, nehmen sie sich einen Tower mit. Irgendwo. Wobei sie jetzt schon auch schon an deren Base. Ey. Ruhig, Blut. Ruhig, Blut. So. Sims tot, Masi tot, DeSandra tot. Alles klar. Sprich, egal was mir jetzt vor die Flinte läuft, ist tot. Flinte, 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 Flinte. Oh. Da ist was. Was? Mein Gott, woher wusste sie das? Pfff. Hast. Er hat sich drüber geflasht. Ja. Egal, ich hab noch ein Ness bekommen. Hast du gesehen, was ein Hit gemacht hat? Echt die Hälfte an live. Ja. So. Guck mal. Guck mal hier. Na? Na? Tut das gut? Na? Sims ist da am Top rumpümmeln. Oh ja, war ja. Oh ja, war ja. Oh ja, war ja. Okay. Da pottet sich was hin. Alter, gib mir die ja auch für Zwierende. Wir haben echt gerade alle getötet. Hey Singed. Wann meinste, willst du mal meine Hits essen? Hä, meine Hits tun weh, sagste? Oh, tut mir aber leid. 127 Gold. Was? Wollen wir? Ja, machen wir. Ja, wir können eh nix mit ausrichten. Vor allem Ezreal und Singed sind premade. Ja. Ja. Beide Kacke. Wie mein E hat nicht getroffen? Wäre ich jetzt geflasht, hätte er auch Ulti angemacht. Ja. Sorry Ez, du interessiert mich nicht. Out. Wie war das? Ja. Wie war es? Was ist das? Nehmen Sie keine Siegern? Gut. Ihr müsst. Wie ist das? Wie war es? Wie war es? Ey, wie der auch alles klaut, oder? Ja. Leider ja, leider ja, aber was soll's. Singed ist schon wieder... Prox... ey, das ist... Möchte gern Proxy Singed. Sehr schön. Also gibt es den Buggy Cue noch? Welchen Buggy Cue? Dass der dreifachen anstatt doppelten Schaden macht. Nein, nein... Das war jetzt nicht normaler Damage. Doch, der hat keine M-Rest, keine Armour. Achso. Ich geb ihm auch einen Hit hier, den ganzen, ne? Ha! GG, Bell-Bell! GG und bis morgen, tschau! Tschö!